UNTERTITELUNG Wo ist er? Wer ist denn das? Irgend so ein Spinner. Spielen wir weiter. Wir sind 6 gegen 1. Wenn er herkommt, machen wir ihm Platz. Was willst du hier? Ein Leben. Das wollte ich dir gerade nehmen. Ach ja? Aber ich hab's nicht so mit beengten Räumen, also würde ich lieber nicht in den Knast gehen. Es war nicht klug von dir, sie zu schlagen. Ach wirklich? Ich mag ihre normale Gesichtsfarbe lieber. Behalt die Schlampe, ich bin fertig mit ihr! Nächstes Mal lass ich den Ball weg. Freund. Jetzt weißt du, womit ich mein Geld verdiene. Ich bin nicht perfekt, aber du hättest warten sollen. Ich wär's wert gewesen. Ich bin egal. Ich Teil an diese Mogwper am schnellsten… Ich mach es nicht. Schrauben, mit Ö även dem weim % es hostching. Zähne вам aber? Uh-ublorientiert. Ah, schlag das in Herz-Vleitz genommen. Okay. ��� sue. Wie machen Sie? Wie machen Sie es? D replay? Aber nein!